Hallo, ha und iku mai, herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop. Heute am Mittwoch, den 27. September, 72 Items im Shop. Und wir gehen gleich mal rüber, was denn nach dem Update reingekommen ist. Zum Beispiel hier Teamursprünge, Stile aus jeder Season in Kapitel 1. Da haben wir hier erstmal die ganzen Rücken-Accessoires, die verschiedenen Stile von 1 bis 10. Und hier haben wir die ganzen Skins, die kann man auch ausrüsten von 1 bis 10. Dann haben wir natürlich verschiedene Skins davon. Da kann man dann gucken, wen man denn da haben will. Hier unten geht es dann mit den Herren weiter. Das waren sie, glaube ich, ne? Ja. So, dann hier nochmal als Bundle. Und hier unten geht es dann weiter mit den Vorgestellten. Da kommt erstmal das Fluchtpunkt-Paket. Da ist hier einmal Rennfieber ohne Helm. Und auch der Überholer ohne Helm. Und dann gibt es da zwei einmal die Rücken-Accessoires, Zündung und Spurspalter und der Gleiter. Und alles ist zurück nach 35 Tagen. Und hier ist alles nochmal einzeln. Nächste Zeile haben wir dann vorgestellt. Einmal unser Berchi. Ist zurück nach 40 Tagen. Hat hier noch ein weiteres Stile. Und zwar mit Jacke, mit Schimmer, mit einer schimmernden Jacke, Freizeit-Bärchi und dann einmal als Montur. Und dazu gibt es natürlich noch unbarmherzig als Rücken-Accessoire. Die kleinen Happen. Was? Kann ich die nicht abschieben. Da oben. Ja, die sind auch nach 40 Tagen zurück. Dann geht es ja weiter mit Wendel- und Nüsschen-Paket. Der ist nach 34 Tagen wieder da. Hier einmal Skin. Backbling. Die Kratzkrallen. Und natürlich auch die Mot, was dazu gehört. So, dann gibt es natürlich hier noch das Ratten-Angriff-Paket. Das ist auch nach 44 Tagen zurück. Einmal mit Kamill. Die hat einen weiteren Stil hier als Kampfmaus. Das Herzstück als Rücken-Accessoire. Den Rattenschwanz als Axt. Eine Lackierung, Ladebildschirm und das Emote-Hose sich verwandelt. Hier ist nochmal einzeln. Und in der nächsten Zile haben wir die täglichen. Einmal Schneid. Der ist nach 71 Tagen zurück. Versa nach 212. Hat hier noch eine Rücken-Accessoire dabei. Dann haben wir Flamme der Vorhut. Nach 77 Tagen zurück. Gut, Schütteln ist nach 39 Tagen zurück. Und Nimmig ist schon seit ein paar Tagen immer wieder drin. Und dann haben wir keine Ahnung, nach 169 Tagen. Hier ist noch Chloe Kim und die ganzen Spind-Pakete. Und dann die Banner-Brigade, die nach dem Update gestern auch reingekommen sind. Batik-Team genauso. Und das war es dann mit dem Shop für heute. Mahalo bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal.